Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloche Zockkanal, zur weiteren Folge NBA 2K22. Und ja Leute, wir sind hier im ersten Spiel der neuen Season. Das bedeutet, es gibt dann auch die Ringvergabe, weil wir eben zuletzt ja den Titel geholt haben. Was ich auch immer sehr nice finde in NBA, diese ganze Ringvergabe auch am ersten Spieltag, wenn man zu Hause spielt, ist immer nice. Und wir sind ja Richtung Road to 1K auf diesem Kanal, was einfach nur überkrank ist. Auf Studio sind wir auch Richtung 100. Und natürlich will ich dann irgendwie so ein 1000 Abonnenten Special machen. Aber vielleicht sei eher kreativ und habe eine Idee, was könnte ich als 1000 Abonnenten Special machen. Ich habe einige Ideen, ich habe auch schon mal auf Instagram gefragt, da kamen auch ein, zwei Ideen zusammen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen soll. Was? Man kann vieles machen. Aber ich weiß noch nicht, soll ich das machen, soll ich das machen? Und vielleicht hat einer von euch noch eine geile Idee oder so. Einfach mal unten in die Kommentare ballern, egal was euch so einfällt, gerne rein da. Und dann gucke ich mal, ob da was Cooles bei ist. Wir gehen auf jeden Fall rein ins Duell gegen die Utah Jazz mit Pierre Moncrief, Donovan Mitchell, Jaden McDaniels, Tobias Harris und Rudi Gobert. Zwei Franzosen unter anderem am Start bei den Jazz. Und jetzt gibt es natürlich auch gleich erstmal die Ringvergabe. Wo ich einfach sagen muss, das ist mit das Neisteste. Das gucke ich mir auch immer gerne an einfach. Quincy Billups. Ich finde das einfach geil, so dieses Feeling, ne? Da dürfen die alle feiern. Da sehen wir, ähm, Dings, Adam Silver und da gibt es den Ring. Wir sind die Champions, wir haben ein Monster-Team. Seth Curry auch noch mit am Start. Er wird in diesem Jahr wahrscheinlich eine etwas kleinere Rolle oder eine klarkleinere Rolle spielen. Letztes Jahr noch Starter, jetzt mit Macron und Quickly wird jetzt starten. Macron von der Bank. Da wird er wenig Spielzeit kriegen, aber wenn er gebraucht wird, darf er reinkommen. Auch er mit dem Ring natürlich. Bei Boogie Cousins sieht es auch ähnlich aus. War ein guter Mannspiel in den letzten ein, zwei Jahren. In diesem Jahr könnte er ja auch weniger Zeit kriegen, muss man halt gucken, ne? Aber denke ich auch, dass er eher weniger spielen wird. Aber trotz allem ein guter Backup einfach, ne? Sehr solide. Da gibt es den Ring für ihn sehr schön. Für Boogie Cousins. Natürlich LBJ. Auch er mit einer neuen Rolle. Er war ja, ja, Starter natürlich. Er hat den zweiten Titel mit Cleveland holen können. Die einzigen zwei Titel, die es jemals gab bei Cleveland, sind mit LeBron James erobert worden. Und er wird eventuell der beste Six-Man in diesem Jahr. Ich hoffe es mal. Eine ganz, ganz neue Rolle für den King. Kennt er so auch noch nicht. Franz Wagner, letztes Jahr noch von der Bank kommt. Dieses Jahr soll er Starter sein. Unglaublich geil. Immer wieder reingekommen in den Playoffs. Immer wieder gerade auch in den Finals Shooting mitgebracht. Ein so wichtiger Teil dieses Teams geworden. Und ja, ein deutscher NBA-Champion. So viel haben wir ja nicht. Ich glaube, Nowitzki war bisher der Einzige. Oder, ich habe es noch angedrückt. Emanuel Kriegli, gleiches wie bei Wartner, kam von der Bank, hat Power gebracht. Auch er soll dieses Jahr starten. Hatte den fetten Zahltag. 24 Millionen pro Jahr kriegt er jetzt. Und jetzt kriegt er auch noch seinen fetten Ring. Ist auch noch ein paar... 100 Taus... Ich weiß nicht, ist der Ring über 100k wert? Keine Ahnung. Aber ein paar Taus ist der auf jeden Fall auch nochmal wert. Also finanziell läuft es bei Kriegli. Jared Allen. Er hat gezeigt, wie wichtig er war. Im Jahr zuvor dachte ich, okay, sein Ausfall, ja, tut weh. Aber dass er so fehlen würde, das hat man erst im letztjährigen Playoff-Run gesehen. Hat teilweise wirklich die Zone dominiert. Wahnsinns-Spieler. Einer derjenigen, der diese Ära mit eingeleitet hat. Ist definitiv einer der wichtigsten Spieler auch in den nächsten Jahren. Darius Garland, unser Starting-Point-Guard, unser Ballführer, unser Go-To-Guy in Sachen Scoring. Eine unglaubliche Entwicklung. Man dachte vielleicht am Anfang, ja, Sexton wird eher der Mann. Dann kam irgendwann Garland dazu und hat diese Cleveland Cavaliers komplett übernommen. Und ist eben als Starting-Point-Guard auch Champion geworden und als zweitwichtigster Spieler. Und der wichtigste Spieler dieser Franchise und dieser Ära vielleicht sogar, Evan Mowley. Der beste Two-Way-Player der Liga eventuell. Klar, es gibt noch einen Giannis. Aber von Rookie-Season an dominiert Wahnsinns-Spieler. Legt gute Zahlen immer aus, aber seinen Impact muss man sich immer selber angucken. Und hier sehen wir das Team mit der Ring-Vergabe. Viele, viele Spieler auch einfach immer noch mit dabei. Der Kern ist zusammengeblieben, das feiere ich immer. Und hier sehen wir das. Cleveland Cavaliers. Boah, das ist einfach von der Atmosphäre geil, ne? World Champions 2-24. Das ist einfach geil. An diesem NBA-2K-Spiel, dass die solche Momente haben. Gerne ein bisschen mehr davon an 2K. Gerne in so Playoff-Duellen. Ein bisschen mehr so Spannung. Ein bisschen mehr, wow, jetzt ist hier was. Das wird die Atmosphäre noch mehr heben, ne? Wir sind hier in einer Rocket Mortgage Field Toast Arena. Gegen die Utah Jazz jetzt hier. Der Start, nochmal die Starting-Fives habt ihr hier nochmal. Die habe ich euch ganz am Anfang schon gezeigt. Und jetzt geht es natürlich auch rein. Nachdem wir die geile Atmosphäre mitgenommen haben. Der Champion startet in die Opening Night der neuen NBA-Seasons 24-25. Garland. Verliert den Ball, okay. Erste Aktion im neuen Season gleich mal der Turnover. An die 89 Moncrief. Stark von Moply wieder. Gerrard Allen. Wagner. Allen stellte den Screen. Winkley, Allen stellt aber nochmal den Screen. Oh, offensives Foul, okay. Erste 3 Aktion der neuen Season. Jeweils Turnovers. Donovan Mitchell. Wirklich verteidigt ihn. Harris. Oh, und der nächste Turnover. Nein, das war nichts. Das war nichts, aber da war Jared Allen. Der Wurf kam nicht durch. Der Fake Pass. Jared Allen stellte den Screen. Der ist auch nicht drin, okay. Beide Teams sind noch nicht so wirklich angekommen in der neuen Season. Donovan Mitchell. Emmanuel Quickby verteidigt ihn. Oh, hat er reingemacht hier. Despite Donovan Mitchell mit seinen ersten Punkten. Moncrief ist da schon ein Missmatch, aber Gobert ist da. Moncrief, relativ kleiner Point guard. McDaniels. Mobley. Evan Mobley zeigt gleich mal. Ey, sorry, boy. Aber ich bin hier der Finals MVP. Der vielleicht beste Two-Way-Player. Auf jeden Fall der beste der letzten Season. Du hast keine Chance gegen mich. Wobei, ich glaube, Janis war vielleicht noch ein bisschen besser, was Two-Way angeht. Aber wenn Mobley seine Zahlen ein bisschen nach oben noch kriegt, was so Scoring und Co. angeht, dann kann er ihn da auf jeden Fall beerben. Und Mitchell ist sehr sicher aus der Midrange gewesen. Ja, jetzt hier. Der Screen kam da. Na, Mobley startet. Oh, stark gemacht. Stark. Garland. Ich dachte eigentlich, ich spiele Pick'n'Pop mit Mobley. Aber dann ging da Garland so durch. Dann ist halt auch Feierabend, ne? Donovan Mitchell. Der Kick-Out-Pass. Allen mit dem Foul. Das erste Team-Foul. McDaniels. Woody Gobert. McDaniels. Harris. Dwyer ist der höchste Ex-Sixer-Spieler. Auch kein Foul, sagt der Ref. Hat Allen vielleicht ein bisschen zu sehr gesucht, dieses Foul, ne? Nee, das war nichts. Auch wenn Moncrief vielleicht nicht der Größte ist. Oh, Mobley, nee. Ja, das Zusammenspiel läuft noch nicht so ganz, wie es soll. Harris. Moncrief nochmal auf Harris gespielt. Moncrief wiederum. Dabei ist Harris, versucht sich frei zu laufen. Ich decke dann Seth Harris, Moncrief. Nee, der Steal. Jetzt haben sie wenig Zeit. Nee, das war nichts. Ich muss unbedingt mal einen Schluck Wasser nehmen. Über die Eise. Moncrief dürfte er eigentlich nicht mithalten. Das war nicht gut wieder vom Timing. Moncrief spielt den ab auf Harris. Garland jetzt hier wieder gegen Moncrief. Nimmt den. Trifft den, okay, aus der Bewegung. 9 zu 2. Nehmen wir mal einen Timeout. Versuchen wir mal Folgendes. Und zwar Garland raus. LeBron James einfach mal als Point Guard rein. Und ich will auch Macron sehen. ABJ heute mal als Point Guard einfach reinwerfen. Somit er da eben Macron einfach mal zerstört. Weil LeBron wird von McDaniels verteidigt. Interessant. Also gehen nicht Point Guard gegen Point Guard dann. Auch wenn es so nominell vielleicht wäre. Schön gemacht von LeBron. Ich bin nochmal auf Macron gespannt, ne. Er hat Steals B, Perimeter-Defense B. Hier gegen Donovan Mitchell. Oh, Moncrief stark. Der Franzose hier. Denn jetzt soll da LeBron stoppen, aber foult ihn da. ABJ drückt gleich mal seinen Stempel auf und das soll er halt machen, ne. Er soll wirklich von der Bank einfach sich durchpowern. Ja, okay, macht er nicht. Wo er im letzten Jahr, glaube ich, 80% getroffen hatte, ne. Also das war gar nicht mal so übel. Den hat er gemacht. Drei Punkte LBJ. Kam von der Bank, hat direkt Power reingebracht. Macron gegen Mitchell. Mitchell gegen LeBron. Schwierig. Es war Franz, ja. Ganz unnütiges Voll von Franz Wartner. Muss nicht sein. Das war Franz Wartner. Sackler-Klein-Hopper. Schieb für Utah. Donovan Mitchell. Auf der Lange. Nochmal LBJ. Also die spielen immer wieder mit McDaniels dann. Oh, LeBron. Ne. Stark gemacht dort. Von Rudy Gobert war es, glaube ich. Das war der B-Ball. Moncrief gegen Macron. Macron macht das super. Blocking voll von Gobert. Richtige Entscheidung von Raph, meiner Meinung nach. Second Team Ball. Oh, der Stil. McDaniels immer noch am Ball. Machen ihn nicht rein. Wagner. Nein, so nicht. Wollte den auf LBJ spielen. Ja, gute Defense war das nochmal, ne? LBJ. Oh, McCorm. Moncrief mit dem Stil. Nächster Turnover dort. Boah, Mobley macht das stark. Boah. Okay. Wir spielen nicht perfekt momentan, ne? In dieser Opening Night. Liga führen der Assist letztes Jahr. 30,2 mit dem drittmeisten Assist. Wollte gerade drei sagen. Drei meisten. Mobley läuft sich frei. Macht ihn nicht. Yuta mit einer echt guten Defense, ne? Donovan Mitchell. Aus der Bewegung trifft er. Yuta killt uns komplett. Ganz schwierige Opening Night bisher für uns. LeBron zieht davon. Gut, er kann halt nicht werfen, ne? Robert gegen LeBron. Screenwort gestellt. Ach, das gibt's nicht. Also Yuta richtig stark. Gehen wir mal in die Simulation, komm. Das wird ja so nichts... Boah, ich glaube, wir werden echt zermöbelt, oder? Ah, ne? Die Simulation regelt so ein bisschen. Ich hoffe, es bleibt am Ende nochmal eng. Weil da würde ich gerne nochmal reingehen. So gegen sieben, acht Minuten. Boah. 20 Punkte aufholen in fünf Minuten. Schwierig. Aber möglich ist immer alles. Gucken wir mal. Pick and roll mit LeBron, oder was? Easy. Nur noch 18 Punkte. Jetzt Mike Conley. Conley weiter in den Ballbesitz. Sucht er die Eiso. Garland ist da dran. Oh, gut rübergepasst. Der ist nicht drin, aber der Rebound von Gobert. Der Dreier ist auch nicht drin. Der nächste Rebound. Das darf eigentlich nicht sein. Der war gut contestant. Jetzt ist es unser Ball. Franz Wagner. LBJ hat... Den wird weggeblockt. Aber unser Ball. Wird weggeblockt, LBJ. Stark gemacht. Ey. Och, ich hasse das. Ich habe längst gepasst. Also längst gedrückt, aber... Wenn die Animation einharten will, dann tut sie es halt, ne? Das ist halt immer nervig. Wir sehen ja, Evan Mobley. Aber unser Ball. Bryce Harris sollte nicht das Problem für Evan Mobley sein. Macht ihn leider nicht. Mitchell nimmt den direkt und killt uns damit wahrscheinlich. Donovan Mitchell. 33 Punkte. Darius Garland. Wir gehen im Floppy Play. Probieren wir mit seinem zig Rebounds heute, ne? Harris. Stark von Jared Allen. Jetzt Harris Garland vielleicht mal. Gegen Moncrief sollte er sich doch durchsetzen. 17 Punkte Garland. Harris Garland teilt mit 17 Punkten. Ganz ordentlich. Aber wir sind immer noch weit weg, ne? 19 Punkte. Doch, die macht er nicht. Manuel Quigley. Jetzt hier Franz Wagner spielt den nochmal ab. Und da ist Jared Allen. So ein Monster. 17 Punkte. Es ist super schwer, aber nicht unmöglich, würde ich sagen. Gut von Allen. Evan Mobley. Ja. Mobley mit 4 Punkten. Bisschen wenig gescored, ne? Leider. 15. Rudi Gobert jetzt Mitchell. Oh, Mobley stark. Was ist denn die Defense von Evan Mobley? Franz Wagner spielt den auch nochmal ab, aber da war Moncrief wieder dran, ne? Der ist echt so ein kleiner Steeler hier, der Franzose. LeBron James. Der war schwer. Hat er leider nicht getroffen. Mitchell. Donovan Mitchell. Macht er auch nicht rein. Wigley. Oh, der Pass auf Allen war super. Und der wird halt weggeblockt von Gobert. Und er ist... Oh, Allen ist ins Ausgegang. Gut, das war... Das ist das Ende. Leider. Leider das Ende. Jutta zu stark. Double-Double hier von Allen. Garland ganz, ganz schlecht, ne? Gespielt heute. ABJ mit 15 Punkten von der Bank. Aber 0 vom 5-3 an. Macron 13. Dann quickly. Franz Wagner und Co. Okay. Ja, Donovan Mitchell hat 33 und 7. Überragend. Clarkson. Und Co. Nemoncrief auch mit drei Steals. Richtig stark. Bei uns hatte Mobley 5 Blocks und Gobert 5 Blocks. Also auch zwei Zonen-Monster mal wieder. Na gut, so ist das halt, ne? Dann gehen wir halt... Wenn nicht hier irgendwas ist, können wir dann gleich vorgehen. Wobei ich nochmal kurz gucken will. Jared Allen würde jetzt schon seinen Vertrag verlängern. Jetzt schon noch einen 2-Jahres-Vertrag, ne? Und er würde den verlängern, auf jeden Fall. Aber er hat halt noch 2-Jahre-Vertrag. Da kann man noch ruhig bleiben, ne? Andererseits, warum soll ich den nicht schon verlängern, ne? Machen wir 115 Millionen. Über die 2... Über die 3 Jahre. Gucken wir mal. Er hat es angenommen. Ich glaube, ich habe ihm sogar ein bisschen zu viel gegeben, glaube ich, ne? Als er wollte. Aber das ist erstmal egal. Hauptsache, er bleibt, ne? Guckt euch das jetzt mal an. Quigley haben wir ewig lang. Und ihn hier haben wir auch ewig lang. Garland haben wir noch lang genug. LBJ haben wir lang genug. Hield, McCaw, Nixon, Curry. Es fehlt dann eigentlich nur noch ein Mann. Und das ist Evan Mobley. Beziehungsweise 2 Männer und Franz Wagner. Wenn wir die dann auch im Sommer verlängern, beide ihre Rookie-Max... Also, Mobley natürlich seine Extension-Rookie-Max. Sogar Rookie-Super-Max. Und Wagner dann auch, was weiß ich, viel ähnliche Konditionen wie Quigley halten. Dann sind die Cavaliers über die nächsten Jahre halt einfach sowas von gesichert, ne? Für Allen ist es dann auch der große Zahltag. Verdient verhältnismäßig wenig mit 20 Mio. Doch dann kommt die Kohle mit 35, 38 und 41 Mio, ne? Dann kommt sein Geld, was er sich mehr als verdient hat. Wir gehen mal jetzt noch die ein, zwei Wochen schon mal vor. Einfach, um nur zu gucken, wie wir in die Saison starten. Ob wir auch erfolgreich sind oder eher weniger. Aber das sieht doch ganz ordentlich aus. Ja. LeBron James 26 Punkte von der Bank aus. 8 Rebounds, 4 Assist, 1 Steal. Super Quoten. 13 Freiwürfe verarmelt. Krass. Mobley macht seine Punkte. Body Heal von der Bank 12 gemacht. McCaw hatte 8. Okay. Kyrie bei den Wizards mit 32 und 12. Jetzt hier die Hawks. Wir schauen mal. Wie es gegen die Hawks wird. Ah, die Hawks scheinen uns zu besiegen, ne? Tatsächlich, zweite Niederlage im dritten Spiel. Garland mit einem Double-Double. Quickly bringt auch 18 Punkte. Mobley wieder ein schönes Double-Double. McCaw mit 12. Wagner und von Heald und James kam etwas wenig von der Bank aus, ne? Young aber auch nur 19 und 11. Aber die hatten halt sehr, sehr viele Spieler, die in Double-Digis sind. 7, 8 Spieler auf jeden Fall. Die mehr als 10 Punkte, also 10 oder mehr gescored haben. Boah, die Bulls in dem ersten Viertel haben die uns weggehauen. Was geht denn ab? Alter, was geht denn ab? Wir verlieren schon wieder. Double-Double von Allen. Garland stark. Wagner kommt von der Bank so ein bisschen. Wow. Lamello. Ne, Nonsoball. Ähm, mit 39 Punkten. Wahnsinnig gut. Also der Champion startet in der Season mit 3, 1. Äh, nicht so cool. Wir können ja mal kurz die Preise anpassen sogar noch, ne? Die sind zufrieden, aber Tickets gehen wir mal ein bisschen hoch, weil wir Champions sind, ne? Haken geht dann auch ein bisschen hoch. Ah, in der Tageskasse 105 Dollar sogar. Ah, wir sogar kommen 115, übertreiben wir das einfach mal. Merchandise gehen wir ein bisschen hoch als Champions, ne? Souvenirs. Und Programme. Inbestände. Hm, Eiscreme. Burger machen wir mal auf 15 Dollar. Und einen fetten Kaffee auch nochmal für 5 Dollar. Tageskarte hatten wir ja schon, ne? So, dann sind wir da jetzt einfach mal die Halsabschneider. Cavaliers. Es läuft gut, gibt uns Kohle. Gerrit Allen gegen Jackson Hayes und Zahir Smith. No thanks, Alter. Wir können ja mal was anderes probieren. Können wir uns gerne Joel Embiid dafür geben. Gut, machen sie natürlich nicht, ne? Embiid aber auch crazy. Warte mal. Spiel, Dings noch hier? Äh. Joel Embiid, das ist das falsche Team, ne? Wollte grad sagen. Nier Morant und JJJ haben sie, ne? Sadiq Bey und Co, naja. Da brauchen wir das nicht annehmen. Ich geh nochmal zwei Wochen vor, die ich mal schnell simuliere. Dann haben wir so eine Range von 9 bis 10 Spielen. Dann haben wir so ein bisschen den Anfang geschafft. Dann gucken wir mal, wo wir stehen. Verlieren wir wieder, oder was? Ja. Ja. Quigley 29,7. Garland. Ähm, okay. Interessant auf jeden Fall, weil Melkenbrocken 40, 11 und 7 droppt. Jokic 23,9 und 6. Okay. Wir stehen bei 1 zu 4, Leute. Und spielen gegen die Clippers, die bei 4,0 stehen. Ausgerechnet die Clippers. Also ein sehr, sehr verhaltener Saisonstart von uns. Wir sind noch gar nicht da, ne? So ein bisschen noch zu sehr Meisterlaune vielleicht. Wobei wir die Clippers jetzt hier einfach mal wegpusten. 32 Punkte für Quigley, sehr stark. Garland. Das war ja easy und Mobley ist verletzt. Evan Mobley ist verletzt. 4 bis 6 Wochen. Oh. Äh, das ist Clippers große Chance von Anfang an. Wobei sich auch DeMarcus Cousins freuen darf. Denn ich gebe Bertrands jetzt 16. Ich gebe ihm hier 16 Minuten. Das sollen sie sich nämlich so ein bisschen aufteilen. Und Maxi Kleber kriegt 22 Minuten. LBJ so weiter und von der Bank kommt. Kleber darf aber starten. Ich denke, seine Defense-Aspekte bringen uns etwas mehr als das reine Shooting von Bertrands. Aber gut. Dann darf Maxi Kleber eben starten. 2-2 stehen die Surfs. Wir gucken mal, ne? Ob wir vielleicht auf so ein 4-4 stellen können. Bevor ich die Folge beende. Oder ob unser Start richtig scheiße ist. Aber es geht dann wieder, ne? Boah, 45 Punkte im dritten Viertel. Okay, also Quigley dreht auch richtig auf, ne? 20 Punkte macht er aktuell im Schnitt. Also der nutzt seine Starting-Minuten. Garland auch ganz stark. Hielt 15 von der Bank. LBJ macht seine Dinger von der Bank aus. Also gerade Quigley gefällt mir. So, gehen wir noch in die nächste Woche. Und dann die letzten 4 Spiele. Dann hätten wir 10 Spiele durch. Dann haben wir so eine kleine, kleine Übersicht. Einfach mal, wie wir gestartet sind. Jetzt hier gegen Golden State mit einem älteren oder alternden Curry. Wir kommen so langsam in Fahrt, ne? 137. Weil Macron 26 Punkte droppt. Fast perfektes Game. Ein kleiner Turnover und ein verfehlt leider. Aber trotzdem, Wahnsinns-Game von Louis Macron, ne? Dann Wagner. Garland mit einem Double-Double. LBJ auch schon wieder 17 und 8, ne? Allen sehr stark. Osby und Brooks hat sich bei denen verletzt. Okay, Osby hier. Wow, der macht einen Monstersprung, ne? Kriegt aber auch plötzlich 30 Minuten. Ja, den haben sie in der ersten Runde auf 24 gepickt. Interessant. Curry mit einem Double-Double. Das hat nicht gereicht. Noch gegen die Kings. Und dann noch gegen die Timberwolves und Grizzlies. Dann haben wir die ersten 10 Games durch dieser Season. Also dieses Saisonstarts. Ja, gegen die Kings ist es Kopf an Kopf gewesen. Wobei wir das Ding wohl holen. Ja. Weil wir das letzte Viertel 47 Punkte scoren. Weil Emanuel Kriegley auch weiterhin durchdreht. Also der macht das richtig gut. Der scort und scort und scort. Cousins macht 20, 8 und 4. Und einen Block. Garland wieder ein Double-Double. Makar 16. LBJ mit 16, 5, 5. Bertrands droppt seine 11 Punkte. Kleber auch ordentlich gespielt. Ja, da reicht auch ein Jalen Brown mit 36, ne? Wir stehen jetzt bei 5, 4. Jetzt gegen die Timberwolves und gegen die Grizzlies. Wenn wir hier verlieren, wäre es ein 5, 5. Gucken wir mal. Sieht sogar danach aus, um ehrlich zu sein. Oder kommen wir nochmal? Ne. Okay, also Garland wieder stark. Na gut. D'Angelo Russell, ey. 40, 6, 6 gedroppt. Bellamy. Balmaro. Hier der Mann. Viertes Jahr bei Minnesota jetzt. Der Spanier, Leandro Balmaro wurde an 23. Stelle gepickt. 2, 20. Interessant. Hat auf jeden Fall mal 12 Assists gemacht. Sehr stark. So Leute, und jetzt ist die, boah, gegen die Grizzlies die 9 zu 1 stehen. Jetzt entscheidet sich's. Ein minimal negativer oder minimal positiver Start. Auf jeden Fall kein konstanter Start, aber wir gucken mal, ne? Wir quatschen mal mit der Presse kurz noch. Dann trinke ich kurz. Was hat Ihren an Ihrem Alltag als Jammer am meisten überrascht? Ich würde sagen, wie viel Spaß mir die Interaktion mit unseren Fans macht. Die verstehen echt richtig viel vom Basketball und scheuen sich auch nicht einem das zu sagen. Ich bin selber ein sehr direkter Typ, deswegen finde ich es super, dass die Fanbars auch so ist. Sie sind leidenschaftlich, sie haben Ahnung, sie sind meinungsstark, sie sind loyal. Alles, was man sich wünscht. Okay. Und jetzt die große Frage. Positiver Record oder negativer Record hier am Saisonstart? Auf jeden Fall mal eine Saison, eine Regular Season, die das erste Mal problematischer sein könnte. Weil natürlich auch so ein Start noch nicht so viel sagt, ne? Und es sieht gut aus oder es sah gut aus. Sieht immer noch gut aus. Ja. Unser Ding. Weil Quigley 22 droppt. Weil Garland stark ist. Allen und McCaw 17 droppen. LBJ mit einem Triple-Double, ne? 16, 12 und 11. Ganz, ganz stark. Morant's 35 haben da auch nicht mehr geholfen. Ich will allgemein mal kurz was gucken. NBA-Rekorde. Oh, LeBron James hat die 40.000 schon erreicht. Und Leute, im nächsten Spiel werde ich spielen. Denn im nächsten Spiel könnte LeBron James 41.000 Punkte knacken. Mit dem nächsten 2 Punkten macht er 41.000 Punkte. Damit wäre er fast 3.000 Punkte vor Karim Abdul-Jabbar. Und ist einfach mal... Das ist der Wahnsinn, dieser Mann. Also, KD spielt von den Top 10 noch mit, ne? James Hahn ist auch noch mit dabei von den All-Time-Scorern. Aber was LeBron einfach liefert und das, obwohl er am Anfang gerade nicht ein Scoring-First-Player war, ist der Wahnsinn. Weil er so viele andere Aspekte eigentlich noch hat als Scoring, ne? Nächstes Game kann er die 41.000 Punkte knacken. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Korb-Erfolge kommt er auch immer näher dran, ne? An Karim Abdul-Jabbar. Curry ist immer mehr auf dem Weg dahin. Die 4.000 Dreier, die könnte er in diesem Jahr knacken, um ehrlich zu sein, ne? Alles neue Spieler hier ganz oben, ne? Klay Thompson wird da auch noch bestimmt rankommen. Freiwürfel ist auch LBJ kurz davor, Malone zu holen, ne? Also Moses Malone. Klay wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Bei den Rebounds, da dürfte er nicht so ganz weit oben sein, ne? Da ist er... Wo haben wir dich denn hier? Auf Platz 25, Alter. Also auch hier könnte er vielleicht noch hochklettern, ne? Vielleicht kriegt er Mutombo ja sogar noch. Dann wäre er in den Top 20. Ja, Assists muss man auch sagen, ne? Da kann er die Top 3 eigentlich auch noch erreichen. So unrealistisch ist das gar nicht, wenn er so pro Spiel 7, 8, 9 Assists macht. Äh, Blocks. Gut, da wird man ihn nicht sehen. Und der Steals kommt da auch mal näher, ne? Da kann er auch Jordan überholen. Und Minuten hat er schon lange, ne? Schon lange, lange. Der Wahnsinn. 3-Wurf-Quote, okay. Assists. Wir gucken nochmal hier kurz, ähm, was Triple-Doubles und so geht, ne? Gespielte Spiele. Okay, Parrish immer noch auf der 1, wobei LeBron ihn diese Saison auch überholen wird, ne? 182 Spiele. Ja, den wird er überholen. Fouls. Charles Oakley hat man da auch. 40-Punkte-Spiele. Da hat LeBron gar nicht so viele, ne? Luka Doncic ist jetzt schon auf Platz 8. Okay, das ist gar nicht so viel, ne? 69, wobei das auch schon ordentlich, ne? Und 50 Punkte. Ja gut, da wird man, da wird wahrscheinlich kein Mensch mehr Will Chamberlain kriegen, ne? Triple-Doubles. Boah, ist ja kurz davor, Richtung Platz 3 zu gehen, ne? Wobei Jokic ihn auch sehr, sehr nah dran ist. Und Doncic wird wahrscheinlich am Ende der Karriere ganz oben stehen. Ich glaube, der wird Westbrook noch kriegen, ne? Aber nun gut, Leute, das war's auf jeden Fall. Seid in der nächsten Folge auf jeden Fall mit dabei. Wir gucken noch kurz auf der Tabelle. Wir stehen auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seid auf jeden Fall in der nächsten Folge mit dabei, wenn es dann gegen die Charlotte Hornets geht. Und wenn ihr dann live dabei sein könnt, wenn LeBron James seine 41.000 Punkte knackt, euer Wilosche meldet sich jetzt ab und bye, bye.